Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Crypto Talk hier auf meinem Kanal. War jetzt zwar die letzten Wochen ein bisschen ruhiger mit Crypto Talks, aber auch mal ein bisschen Zeitgebrauch. Dafür heute mit einem neuen Gast. Ich begrüße den Crypto Gainer. Servus erstmal. Hi, servus, moin zusammen. Bevor wir starten, auf jeden Fall checkt den Kanal auf jeden Fall aus. Link ist unten in der Videobeschreibung und in der Titelbeschreibung packe ich ihn auf jeden Fall auch mit rein. Ansonsten würde ich sagen, lasst dem Video auf jeden Fall schon mal ein Like da, abonniert den Kanal, abonniert auch den Crypto Gainer Kanal. Ansonsten würde ich sagen, fang mal gleich mit den Fragen an. Stell dich doch erst einmal vor. Moin zusammen, mein Name ist Simba, das ist mein Spitzname. Ich habe den YouTube Kanal Crypto Gainer, der bisher eigentlich sich eher um Shitcoins gedreht hat. Und ja, ich bin 31 Jahre jung oder 31 Jahre alt. Bin jetzt seit Ende 2020 in Crypto investiert und mache es jetzt auch seit Anfang des Jahres quasi fulltime. Top. Kurz und knackig auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir gleich mal zur ersten Frage. Wie bist du überhaupt zu Crypto gekommen? Du hast ja gerade gesagt, seit Ende 2020 bis zum Markt bin ich sogar ein bisschen früher reingekommen. Bei mir war es ja Corona-Beginn, bei dir dann erst Ende 2020. Ja, also es ist tatsächlich noch gar nicht so lange her. Und ja, wie hat das bei mir angefangen? Ich habe auf meinem YouTube Kanal auch ein Video darüber gemacht, wo ich meine Geschichte so ein bisschen erzähle. Könnt ihr auch gerne abchecken. Ich erkläre es jetzt aber trotzdem natürlich gerne nochmal für euch. Und zwar habe ich natürlich auch wie jeder andere wahrscheinlich von uns über Kryptowährungen in den News erfahren, weil Bitcoin dann irgendwann mal steil gegangen ist. Und meine Zeit hat dann quasi auch genau so begonnen. Und somit habe ich das erste Mal Ende 2020 oder Anfang 2021 CHZ-Coin gekauft. Das war so das erste Investment, was bei mir richtig geballert hat. Chilitz-Coin, das ist ja dieser Fan-Token und den hatte ich gekauft auf Bitpanda. Und kurioserweise ist dieser Coin an dem Tag um 400% gestiegen. Also von 20 Cent auf 80 Cent. Das war wirklich ein Bilderbuchstart. Und da hatte ich irgendwie 800 Euro, glaube ich, in etwa investiert gehabt. Und das war auch ein ganz normaler Kauf, also Spot-Kauf. Und ja, dann wollte ich verkaufen. Und dann hat aber Bitpanda extreme Server-Probleme gehabt. Und konnte dann nicht rechtzeitig verkaufen. Und somit habe ich dann auch gemerkt, okay, Bitpanda ist nichts. Sehr, sehr schwierig. Und bin dann auf Binance gestoßen. Hatte damals, wie gesagt, noch absolut gar keine Ahnung davon. Kam dann in eine Telegram-Gruppe. Und von der einen Gruppe in eine Pancake-Swap-Telegram-Gruppe, die sich SBS Deutschland nannte. Und dort ging es dann um Shitcoins quasi. Und ich glaube, auch einen Tag danach hat dann der Owner von dieser Telegram-Gruppe so eine Sprachnachricht da reingeworfen. Und die lautete, hey Leute, geht sofort in SafeMoon rein. Ich habe aus 1.000 Euro 5.000 Euro gemacht. So und ja, so frisch, wie ich in der Kryptowelt drin war, habe ich dem natürlich Folge geleistet sozusagen. Und habe mich direkt mit Pancake-Swap auseinandergesetzt. Und habe es irgendwie geschafft, dann diesen Betrag von CAZ auszuzahlen und dann in SafeMoon zu investieren. Und das war, ja, eine Woche nach dem Pre-Sale von SafeMoon. Und das war eigentlich so eine, sagen wir mal, eine richtige Glücksnummer. Und damit hatte ich, ja, sehr, sehr viel Glück gehabt. Und habe mich dann direkt mit der Kryptowelt komplett auseinandergesetzt. Jetzt 24 Stunden und bis heute bin ich noch dabei. Top. Also sowas habe ich auch noch nicht gehört. Also da hast du echt Schwein gehabt. Also solche Erfahrungen habe ich nicht. Ich habe ja ganz normal mit Bitcoin damals angefangen. Da habe ich noch gar keinen Plan von irgendwelchen Shitcoins oder so. Wobei ich mittlerweile echt mit dem Wort Shitcoin echt ein bisschen vorsichtig geworden bin. Ich habe früher gefühlt alles, was nicht Bitcoin war, als Shitcoin bezeichnet. Ich glaube, das weiß auch meine Community. Halte ich mich momentan ein bisschen zurück davon. Einfach, weil irgendwie gefühlt alles irgendwie einen Anwendungszweck hat. Shiba kannst du in irgendwelchen Kinos oder so mittlerweile zahlen. War für mich früher auch ein Shitcoin. Jetzt hat es aber irgendwie einen Anwendungszweck und sowas. Deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück. Aber auch die Erfahrung, wo du gemeint hast mit Bitpanda und sowas, habe ich am Anfang auch teilweise gehabt. Da denkt man, okay, man ist jetzt mal 100 Prozent mit irgendwas im Plus. Also auch mit so kleinen Investments. Dann will man verkaufen. Dann gab es auch irgendwelche Serverprobleme. Also das habe ich auch schon des Öfteren gehört. Aber ich glaube, das ist nur bei so Deutschen vor allem ein Problem. So bei so Deutschen, also Bitpanda und so anderen Börsen und sowas, habe ich das schon öfters gehört, dass da immer wieder Probleme sind. Weil Binance habe ich das noch nie gehabt. Also wo ich auch mal Spot kaufe. Oder auch bei irgendwelchen Tradingbörsen. Aber solche Fälle häufen sich vor allem, wenn dann mal wirklich so fette Gains gemacht wurden. Komischerweise. Komischerweise. Klar, kann natürlich sein, dass das am Server liegt. Aber dann sollte man sich vielleicht eine Scheibe von den anderen abschneiden. Weil wie du schon gesagt hast, auf Binance habe ich so ein Problem noch nie gehabt. FTX und die ganzen namhaften Börsen auch nicht. Bitpanda ist natürlich für den Anfänger extrem einfach, übersichtlich und da findest du auch einen super Einstieg. Und ich glaube, direkt auf Binance anzufangen, ist verdammt kompliziert. Das hätte mich wahrscheinlich auch irgendwie verunsichert, das Ganze. Und es gibt ja noch viele andere Kryptobörsen und dubiosen Seiten, wo man aufpassen muss. Und ja, deswegen. Binance war schon dann das Richtige, um auf den richtigen Trichter zu kommen. Ja, Shitcoins, der Begriff ist natürlich auch immer schwierig, wie du schon gesagt hast. Also wir haben auch versucht, da irgendwie, ja, ich sag mal, so eine Definition zu finden für Shitcoin. Es ist sehr schwer. Shitcoins sind halt, wie du schon gesagt hast, eigentlich Coins, die keinen Use Case haben. Aber meine Vorgehensweise ist, oder mein System dahinter ist, ist, dass ich Shitcoins kaufe, die erstmal keinen Use Case haben, aber sich dann in diese Richtung entwickeln, dann einen Use Case zu bekommen, beziehungsweise das bewahrheiten, was der Plan auch war, in dem White Paper oder in der Roadmap. Und im besten Fall dann auch einen vernünftigen Coin dann zu halten, nach einer gewissen Zeit von Shitcoin bis zu einer namhaften Kryptobörse und dann, ja, über 1000x mitzunehmen im besten Fall. Das ist die Wunschvorstellung, ja. Aber es funktioniert. Also SafeMoon, muss ich ehrlich sagen, war nicht das erste Mal. Also das war nicht das erste Mal. Die hatten halt auch verdammt gutes Marketing. Also du hast ja dann plötzlich überall, da hast du Werbung auf dem Times Square, glaube ich, war es, überall hast du ja Werbung von denen gesehen. Also die waren ja Bombe, war es Marketing. Das ist halt auch extrem wichtig, ne. Entweder hast du eine geile Community dahinter oder halt extrem gutes Marketing. Also ich habe ja auch so in ein paar kleinere Low Caps investiert, wissen die Leute auch bei mir. Aber da tut sich halt einfach nichts, weil das Marketing irgendwie gefühlt eingeschlafen ist. Das ist halt auch eine Wette auf die Zukunft. Aber gut, da sollte man... Das ist ein Problem, ja. Ja, das ist absolut ein Problem. Aber da sollte man halt, also ich glaube daran, wenn es nichts wird, dann wird es halt nichts. Aber das sind halt auch so Projekte, wo ich nicht wirklich viel investiere. Das ist halt dann eher so ein bisschen, okay, man geht das Risiko ein. Ich würde jetzt niemals die Beträge, die ich in Bitcoin stecke, jetzt in irgendwelche, in Anführungszeichen, Shitcoins oder kleinere Altcoins reinstecken. Aber gut, das kann sich auszahlen, wie man dein Beispiel auf jeden Fall sieht. Richtig, ja, genau. Aber wie gesagt, man muss natürlich auch analysieren und auch den Shitcoin-Markt kannst du analysieren. Das funktioniert. Natürlich brauchst du da auch eine gewisse Erfahrung und fällst auch sehr oft auf die Schnauze. Aber wie gesagt, SafeMoon war nicht das erste Mal, dass das funktioniert hat. Es gibt zig Beispiele, auch in denen ich selber investiert war und deswegen fokussiere ich mich auch mehr oder weniger darauf. Aber es ist wie beim Traden, niemals mit eurem kompletten Investment reingehen. Ja, ihr müsst das auf jeden Fall vernünftig einteilen. Am besten nur mit dem Geld, was ihr auch verlieren könnt. Genau, das ist absolut richtig. Immer nur das Geld, sage ich mal, zu investieren, was auch jeder bereit ist, zu verlieren. Ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der viel zu wenig gesagt wird einfach. Aber ist auf jeden Fall mit das Wichtigste eigentlich. Das machen halt die wenigsten, da muss man auch ehrlich sein. Weil die meisten sagen mir dann auch, ja, wie wenn ich das Geld, ich habe kein Geld zu verlieren. So, ne? Ja, gut, dann solltest du eigentlich nicht investieren. Aber gut, da hören die meisten nicht drauf. Die investieren dann trotzdem. Und dann ist das halt Geld, was die nicht verlieren sollten. Absolut. Gut, dann kommen wir schon zur nächsten Frage. Wie schätzt du den Markt momentan ein? Sind wir eher in einem Bullenmarkt? Sind wir eher in einem Bärenmarkt? Was ist denn deine Meinung dazu? Also ich bin ja kein Chartanalyst und ich analysiere den Markt eher halt nach News und nach der Community auch, weil ich finde, so eine Community ist immer ein sehr guter Indikator dafür. Stimme ich dir voll und ganz zu. Wie der Markt gerade spielt. Und ich sehe das Ganze aber sehr positiv, weil man einfach sagen muss, wir haben ja wirklich nur bullische Nachrichten momentan mit den Ländern, die quasi Bitcoin als Zahlungsmittel einführen. Das werden ja immer mehr. Und die Adaption, Adaption und Adoption ist richtig. Ich hatte gestern einen Call gehabt, da haben wir uns darüber unterhalten. Der Blogtrainer hatte da auch einen Artikel drüber geschrieben. Die Adoption ist da voll im Gange und ich bin mir sicher, das dauert nicht mehr lange, dass der nächste Bullrun bevorsteht. Bin ich auch bei dir. Auch wenn wir jetzt gefühlt seit einem Jahr seitwärts laufen, aber ich habe es ja gerade schon bei dir, nur zur Info, wir haben auch noch einen Talk aufgenommen. Wahrscheinlich kommt meiner ein bisschen später als deiner. Aber haben wir ja das Gleiche gesagt. Also von meiner Seite im Endeffekt, wir laufen seit einem Jahr seitwärts. Die ganzen Punkte, wo du gerade angesprochen hast, stimme ich dir voll und ganz zu. Mehr und mehr Länder akzeptieren es. Die News reißen im Endeffekt nicht ab. Es gibt jeden Tag irgendwie neue bullische News. Was mich nur noch ein bisschen zögern lässt, ist glaube ich dieser Spot ETF. Ich glaube, wenn der dann wirklich mal kommen sollte, wenn die ganzen großen Firmen dann investieren können über so einen Spot ETF, ich glaube, das könnte so wirklich dieser Game Changer sein, auf den viele vielleicht wirklich warten. Aber da sträubt sich ja die USA noch ein bisschen, wobei es glaube ich schon Spot ETFs in der Schweiz glaube ich sogar gibt. Aber gut, Schweiz ist so ein kleiner Markt. Ich glaube, die warten halt alle wirklich erst auf die USA. Das könnte dann für mich so der Punkt sein, wo wir dann wirklich in den neuen, wirklichen Bullrun reinkommen. Ja, wie gesagt, ich bin mir sicher, dass es halt eine Kryptowährung geben muss, die den Bullrun wieder zünden wird. Ob es vielleicht Shiba Inu ist oder dieser neue Apecoin oder Bitcoin selber, das weiß man nicht, aber meistens braucht es halt einfach diesen Zünder für den nächsten Bullrun. Und wie du schon gesagt hast, die Massentauglichkeit ist halt einfach noch nicht wirklich da. Es ist noch ziemlich kompliziert für den Otto-Normalverbraucher, Kryptowährungen zu kaufen, aber bei der Volksbank gibt es ja jetzt auch die Möglichkeit, Kryptowährungen zu kaufen und das ist einfach der erste Schritt in die Massentauglichkeit. Und also, wenn man sich damit beschäftigt, dann weiß man, das ist ganz glasklar, dass Kryptowährungen eine wirklich, ja, eine Größe haben werden in der Zukunft. Ja, das mit Volksbanken und so, also ganz ehrlich, ich würde niemals bei so einer Bank das kaufen, aber gut, es ist ein wichtiger und richtiger Schritt, sage ich mal, das immer mehr den Leuten näher zu bringen, auch wenn ich persönlich niemals zu meiner Bank gehen würde und sagen, hey, ich würde jetzt gerne mal ein Bitcoin kaufen oder sowas. Ich würde es auch nicht machen. Not your coins, wie man so schön sagt. Das stimmt zwar, aber ich war jetzt auch in einem Projekt mit involviert, die machen das auch mit den Paper Wallets und da hält der Owner von diesem Projekt tatsächlich die Paper Wallets mit den Keys von den Investoren. Ja, das hat eigentlich mit Krypto, also mit der Dezentralität der Kryptowährung eigentlich nichts zu tun oder mit dem Wunschgedanken nichts zu tun, aber die Leute haben halt jetzt nicht alle so viel Ahnung wie du und ich vielleicht und freuen sich, wenn einer diesen Part für sie übernimmt und in der Regel geht ja auch jemand zu einer Bank, um sich neue Investitionsmöglichkeiten zu zeigen, weil viele Leute haben ja ein Problem, wenn sie über 100.000 Euro auf ihrem Bankkonto halten, dass sie dann quasi ja Negativzinsen erhalten und dementsprechend brauchen diese Leute ja dann neue Investitionsmöglichkeiten, wenn dann die Banker oder die Leute, die Bankangestellten dann auch Kryptowährungen im Portfolio haben, dann ist das sehr, sehr interessant und das ist der richtige Weg, ganz klar, auch wenn ich kein Fan von den Banken bin, aber das gehört halt einfach dazu. Richtig, stimme ich dir voll und ganz zu. So, dann zur nächsten Frage, wie ist denn so dein Portfolio aufgeteilt? Also bei mir kennen die Leute so, ich bin so ungefähr 70% Bitcoin, 20% Ethereum so um den Dreh und der Rest ist einfach in Anführungszeichen Shitcoins, nee Spaß, Altcoins so aufgeteilt, so grob versuche ich immer so den Schnitt zu halten, wie sieht es denn bei dir aus? Ja, also ich habe da auch das in meinem Video einmal angesprochen, mache jetzt auch, diversifiziere jetzt quasi auch, mein Portfolio sieht aktuell so aus, 70% Stablecoins, noch, und 30%, also 30% eher Shitcoins tatsächlich, von diesen 30% sind knappe 5% in Altcoins drin und das ist einmal XRP, da habe ich jetzt angefangen umzuschichten beziehungsweise zu diversifizieren, XRP, Crow, Algorand, genau diese drei habe ich und Terraluna. Ist wenig eigentlich, wundert mich jetzt bei dir. Hätte jetzt echt mit mehr gerechnet eigentlich. Ja, das Problem ist halt auch im Shitcoin-Markt, du kannst nicht, also es ist nicht empfehlenswert, in so vielen Coins zu sein, weil manche sind wirklich kurzlebig, also die leben, keine Ahnung, ein, ein, zwei Tage, so, ist aber auch nicht mein Ziel, dass ich da jetzt die ganze Zeit am Chart hänge und dann nur zwei, drei X mitnehmen möchte, sondern ich suche ja natürlich auch ein Projekt an, das ich selber glaube. Ich habe eine Position auf, das ist der Devolution Token, das ist ein Metaverse Game, was momentan in der Mache ist und da habe ich auch eine sehr große Position drin, da sind fast 25% von meinen, 30% drin und ja, da halte ich halt fest dran, weil ich auch tatsächlich in nahem Kontakt mit den Ownern stehe, das ist mir immer wichtig, wenn ich eine große Investition tätige, dass ich dann auch, ja, mit dem Entwicklerteam erstmal kommuniziere und mich auch selbst überzeugen kann, dass das Projekt Hand und Fuß hat und in Zukunft da kein Scam passiert, weil das ja sehr häufig in der Shitcoin-Szene passiert. Aber in naher Zukunft oder in den nächsten Videos werde ich auch, weiter diversifizieren und jetzt eher in Altcoins investieren, weil ich habe jetzt ein Alter erreicht und auch eine Familie und man sagen muss, okay, du sollst jetzt eher weggehen von dem Zocken, natürlich nicht zu 100%, weil Shitcoins sind halt auch irgendwo meine Leidenschaft und wenn man einmal gesehen hat, was das für ein Potenzial hat, dann ist das einfach sehr schwer zu sagen, nee, ich bin jetzt nur auf der sicheren Seite und gehe weg von dem Risiko. Ich war schon immer ein Mensch, der risikoreich ist und das sitzt halt irgendwo in mir drin, aber ich sage mal, solange ich erfolgreich bin, warum sollte ich das denn nicht machen? Richtig. Ja, ich bin da, keine Ahnung, ich bin da mehr halt so, klar, mit Bitcoin wirst du keine 10x jetzt mehr machen oder sowas, da bin ich auch auf deiner Seite, aber ich bin halt so, das ist halt dieser Sicherheitsfaktor, den ich so brauche, es sind so halt 70% bei mir Bitcoin und klar, ich habe auch noch immer noch was auf der Seite liegen, wo ich dann sage, okay, USDT oder sonst irgendwas, wo ich dann auch immer noch mal irgendwie in Altcoins rein investiere oder sowas und da finde ich jetzt so momentan ist eigentlich so ein guter Zeitpunkt, sage ich mal, die Kurse sind alle eingebrochen, wir sind meilenweit von irgendwelchen All-Time-Highs entfernen, da lassen sich locker 4, 5x einfach mal nur um die All-Time-Highs wieder zu erreichen, also ich meine, wenn man zum Beispiel Cardano oder sowas sieht, 3x vom oder 2x vom All-Time-High entfernt, also da kann man auch seine X machen, ohne jetzt wirklich definitiv viel Risiko, in Anführungszeichen viel Risiko einzugehen, da steckt halt auch eine harte Community dahinter, aber krass, also dass du das echt, dass du gar nicht so viel BTC da drin hast, das wundert mich jetzt echt. Was ich allerdings vergessen hatte zu sagen, mein Ziel ist es auch, genau wie bei dir, in BTC umzuschichten natürlich, weil das, genau, weil das natürlich die Zukunft ist und da möchte ich auch früher oder später meine größte Position drin haben. Ja, ist glaube ich langfristig, ist glaube ich das Beste, ich bin eh mal gespannt wie irgendwann, wir hatten es glaube ich mal an einem anderen Talk, wie das irgendwann mal sein wird, ob wir dann auch irgendwie solche Sektoren haben werden, so wie bei Tech-Werten oder sowas, dass es dann irgendwie nur noch zwei, drei Projekte gibt und die sich dann immer in Konkurrenz stehen, also ich glaube, wie viele Kryptowährungen haben wir mittlerweile, 20.000 oder sowas gefühlt? Ich glaube 20.000 mittlerweile, ja in etwa. Irgendwann wird es, 16.000 bis 20.000 Irgendwie so jeden Tag kommen ja gefühlt noch 100 neue dazu, irgendwann wird sich das minimieren, denke ich, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo sich es einfach minimieren wird und dann nur noch so ein paar Krypto-Projekte vielleicht irgendwann am Laufen gehalten werden, also ist so meine Vorstellung irgendwann in der Zukunft mal. Die werden auf jeden Fall ausgesiebt mit Sicherheit, da muss man natürlich dann den richtigen Riecher für die richtigen Kryptowährungen haben, die dann auch überleben werden, aber wie du es schon sagst, ich denke mal 90, weitaus über 90% sogar werden über kurz oder lang komplett aussterben. Ja, bin ich voll bei dir. Gut, da hast du mir eigentlich schon eine Frage weggenommen mit, welche Low-Caps du auf dem Schirm hast, hast du ja gerade schon gesagt, wie hieß es nochmal, DWE? Du hast gerade irgendwas gesagt? Devolution Metaverse, genau, ja, findet ihr auch auf meinem Kanal, da könnt ihr schauen. Genau, guckt euch das auf jeden Fall mal an, wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, ich kenne es überhaupt nicht. Und ansonsten, kommen wir schon zur letzten Frage, siehst du dieses Jahr ein All-Time-High und wenn ihr, also wir gehen jetzt mal von Bitcoin aus und welches, was ist so dein Preisziel vielleicht dieses Jahr noch? Ja, wie ich auch schon in dem Video gesagt habe, wie du mit dir zusammen, 100.000 wäre natürlich so eine Wunschmarke, ich bin kein Chart-Analyst, deswegen, ich möchte da jetzt irgendwie keine Aussagen machen, also ich glaube aber fester dran, dass wir die 100.000 erreichen können dieses Jahr, gehe aber eher davon aus, dass wir dann direkt bei den 100.000 wieder fallen werden, weil sehr, sehr viele auf diese magische Grenze warten und ich denke mal, dass sehr, sehr viele Wale dann auch auf diesen Moment warten und dann natürlich ihre Gewinne realisieren. Deswegen ist so 100.000 mein Ziel, auch bei Bitcoin und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass dieses Jahr auch nochmal ein Bullrun anstehen wird und das auch nicht mehr allzu lange dauern wird. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube 100.000, das wird echt nochmal so eine Marke sein. Entweder wir ballern komplett wirklich durch, gehen dann nochmal höher oder wir werden einfach kurz vorher abverkauft, weil das einfach diese psychologische Marke ist und sowas. Aber kann ich mir auf jeden Fall auch dieses Jahr gut vorstellen, da sind wir ja ziemlich auf einen Trichter. Gut, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schaut auf jeden Fall Danke dir für deine Zeit. Ja, vielen Dank. Schaut auf jeden Fall auf den Kanal vorbei. Wie gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung und auch in der Titelbeschreibung. Schaut auf jeden Fall vorbei. Wird vielleicht in Zukunft auch häufiger mal Talks geben oder sowas mit dir. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Ansonsten überlasse ich dir das Schlusswort auf jeden Fall und sage schon mal von mir aus Ciao, Ciao, Stay Crypto und überlasse dir das Schlusswort. Ja, also wie der Manu gesagt hat, vielen Dank auch von meiner Seite aus für eure Zeit. Die Community sehr, sehr stark auch vor allem bei Crypto Google. Ich weiß jetzt nicht, wie stark das hier vertreten ist, aber ich würde mich auf jeden Fall auch freuen in der nahen Zukunft, dass wir dann das eine oder andere Video oder vielleicht auch den Livestream zusammen machen werden. Ich wünsche uns allen gute Gains und viel Erfolg für die Zukunft. Danke euch. Perfekte Schlusswort und ciao, ciao.